Da ist Didi, Didi ist es! Hallo Leute, könnt ihr mich mal rauslassen hier später? Haben wir bloß eine Ahnung, damit ihr keine Waffe kriegt. Also ist es. Didi ist da. Da ist es. Warum hast du es nicht ausgemacht? Äh, Verwirrung, wie immer. Ihr macht immer die geilsten Sachen, wenn ich der Traitor bin. Ja, aber keiner glaubt mir. Wie viel Karma habe ich eigentlich noch? Nicht so viel. Jetzt schon mal einer war das. Ja, wird der nicht ausgemacht. Ja, wird der nicht ausgemacht. Ich bin Enno, ich bin Enno! Und ich habe keine Waffe. Oh, Marv, einer hat schon eine Granate geflogen. Ja. Ich bin hier bei Fischkopf. Ja, und ich suche eine Waffe. Bin bei meiner Laterne. Ja, Fischkopf, Fischkopf. Ja, ich bin bei Dalu Küche, Dalu Küche, Dalu Küche. Dalu Küche. Dalu Küche. Dalu Küche. Dalu Küche. Ich lauf Fischkopf hinterher. Da ist es. Okay, ich suche mal eine Waffe. Und Fischkopf ist hier. Ja, Fischkopf und Dalu. Das Licht ist aber geil. Das Licht nach oben hin ist echt cool. Mit den blauen Wänden. Ich habe das Licht hier angemacht. Ja, Granz versucht hier nur aufmerksam. Also hier Vertrauen aufzubauen. Ja. Granz ist es. Leute, es gibt keine Waffe mehr. Alter, Marv! Marv war Dalu noch mal unten. Das war keine Absicht. Ich bin unschuldig. Was ist Dalu? Was ist Dalu? Was ist Dalu? Ja, Dalu wollte... Nein, Dalu wollte Marv töten. Ich habe das genau gesehen. Vielen Dank, Granz. Granz hat mir das Leben gerettet. Mann. Dalu war in hoch. Die ist hoch. Alter, Didi. Was? Du hast mich voll erschrocken. Oh. Es tut mir leid. Wer war denn da eben in dem Raum mit drin? Ja, Marv. Ja, ich. Aber ich bin nicht gestorben. Und ich habe auch keinen geschossen. Ich habe mir Dalu Katz Waffe genommen. Dalu hat auf dich geschossen. Deswegen dachte ich, er ist Traitor. Ja, Marv hat das Licht schon wieder ausgemacht. Ich will Strom sparen. Könnt ihr mal aufhören auf mich zu schießen? Hier, der schießt auf mich. Äh, Marv? Marv? Okay, Granz ist es. Didi, ich brauche eine Waffe. Didi, ich brauche eine Waffe. Der gleiche kriegt wie eben, oder wie? Willst du mich dann abschießen? Es ist Granz, Mann. Er hat doch eben... Er war doch eben... Didi? Ich bin wieder hier der Beschissene, wenn ich dir jetzt die Waffe gebe und du mich damit abknallst. Marv, Granz, hilf! Oh nein! Dann bin ich der Beschissene. Eigentlich müsste ich ja jetzt schießen. Didi? Didi? Ich habe doch keine Waffe. Ja, du willst aber meine. Es sind zwei Menschen tot. Und dann habe ich keine. Sie sind tot. Guck mal da! Ich werde geschossen. Okay. Sind wir uns jetzt einig, bitte? Ja, aber nein. Wie? Ja. Es ist unglaublich. Kann ich die Waffe irgendwie nehmen? Kann ich nicht. Didi? Ich sterbe gleich. Ja, ich doch nicht auch. Oder... Okay. Ja, aber... Ich brauche eine Waffe, verdammt! Wer ist das? Ich. Der ist da oben. Ich habe keine Muni mehr. Grenz? Hast du was... Hast du was zu deiner Verteidigung zu sagen? Glaub nicht. Nee! Grenz! Hilfe! Didi! Schmerz! Hilfe! Der ist tot, Didi! Hilfe, das Licht dir so aus. Baff, was ist das? Oh, ist das gut, den they... Oh, ist das gut... Hallo? Wer war das? Grenz? Ah! Oha. War das Grenz? Hab's gesehen? Ich komm nicht durch. Scheiße. Hä? Du willst aufhören, auf mich zu schießen. Wirklich, glaub mir. Du bist es. Oh, Fischkopf, ich bin bitte. Ich hab so Angst. Nein, nein, Grenz lebt. Grenz lebt? Alter, Marv. Nein, Fischkopf, du bist ein Klimmling. Jawohl. Oh, ey. Grenz hat diese Situation ausgerufen, dass Marv mich angegriffen hat und Marv erschießen wollte. Hallo, ey. Und alle sagen, ja, okay, kein Problem. Dalu hat das einfach wild rumgeschossen. Und dann hab ich Marv getötet und mich auch ruhig gestellt. Obwohl Grenz sogar noch gerufen hat, dass Marv mich geschlagen hat. Aber Moment, Marv, Marv, du hast ja noch geredet. Marv, du kannst nicht reden, wenn du tot bist. Ich fand das so geil, wie du dir an die Hosen gepistst hast. Das Radio hat dich voll irritiert. Moment mal. Hat Marv es doch geredet, als das gut war oder nicht? Ja, ich hab die Regel gebrochen. Es tut mir leid, Fischkopf. Was darfst du nicht tun? Ich weiß, ich bin schwach. Ich bin schwach. Das ist taktisch, total krank, ey. Aber Fischkopf war sogar, wir schießt ja, wir schießt ja. Das war nur das Radio. Und ich dachte echt, Fischkopf ist es. Oh Mann, das liegt wieder an. Es ist doch dunkel. Ich hab keine Waffe und bin bei Fischkopf. Inno, Inno, Inno. Traitor. Inno. Ich bin auch Traitor. Ich glaub's ihm. Ich glaub's ihm auch. Fischkopf hat mich gerade runtergehauen. Na los. Hä? Grenz hat sich was ausgedacht. Das war der Fallschaden von ihm. Da, Lukas, lest mal vor, was unten in der Mitte steht bei dir. You are... Errorist. Traitor. Das weiß ich. Eliminate all innocence. Ja. Ist das falsch? Wow. Ich hab einen Raum gefunden, den ich bisher noch nie gefunden hab. Wer ist das denn? Didi macht das Licht schon wieder aus, glaub ich. Ich renne da doch nur vorbei. Achso, ein Logo von Marv zockt. Das ist sehr gut. Oh, ich will draufhauen. Wer ist denn dieser Marv zockt eigentlich? Wow. Na, Fischkopf, 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 Fischkopf. Geil, ne? Ey, bei mir steht, wer Traitor ist. Was? Ja. Ich weiß auch nicht, warum. Was? Du musst ihn nur angucken, ey. Und das wird bei mir im Tooltip angezeigt. Ja, genau. Ja, ja. Ey. Marv is es, Marv is es. Ich hab überhaupt nicht geschossen. Könnt ihr mal mein Logo in Ruhe lassen? Alle sind hier außer Dalu. Ja toll, das hat schon seit anderen Runden auch nix gelöst. Das ist nix tolles, Leute. Der Marv zockt. Benner. Aber meins sieht man immer noch. Ja. Sehr gut. Du hast nur so'n Papp-Logo. Ich bin es, ich hab ne Vase zerstört. Also ich glaub, es ist Fischkopf. So wie der seinen Stab in der Hand hält, ey. Also ich bin's nicht. Doch, ich glaub, auf jeden Fall Fischkopf. Ich bin's diesmal weg. Er schießt. Marv. Ich wiss. Marv. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr? In der Haupttalle. Roter Hölle. Da ist Daniel. Er ist der Stock. Ich bin hier, ich bin hier. Hey, Grant schießt schon wieder auf mich. Einfach so. Ich hab mich ganz wehtürlich. Ich hab dich geoutert. Wer hat gehauen? Didi war's. Didi war's. Du bist doch der Einzige, der das Richtigen in der Hand hat. Wieso Fischkopf doch eben auch, oder nicht? Ich hab den Stab in der Hand. Ich hab aber nicht gehauen. Da ist eine Granate geworfen worden. Renz. Ich hab ne Plan. Hier hat jemand ne Bombe gelegt. Wer hat die Bombe gelegt? Klar, ich weiß, wer die Bombe gelegt hat. Hier ist Didi schon wieder. Wo ist die Bombe? Er hat sie versteckt. Ich hab da nur gesucht. Ja, jemand hat die Bombe gelegt. Ja, du weißt doch, wer es war. Wo ist die Bombe? Wo ist er hin? Ah, ich bin tot. Ich auch. Ja, und das ruft man so einfach, oder was? Hallo! Dalu war's, ne? Wusstest du's? Ich hab's auch gewusst. Entschuldigung, wir haben recht. Sonst legt keiner ne Bombe. Nur Dalu, der weiß, wie es geht. Ich hab auch schon mal eine gelegt. Ich hab auch eine hingelegt. Boah, Alter, was geht denn mit meinen Punkten ab? Boah, wie viel hab ich denn mit der Bombe mitgenommen? Oder habt ihr euch dann gegenseitig gelegt? Mich hast du erwischt. Und dann sind die alle ausgerastet, oder was? Also ich bin auf einmal tot gewesen. Ja, dann hat's dich auch erwischt. Ich glaub, du hast drei Leute erwischt, oder? Hast du mal vorgekillt? Nee, ich bin auch mit der Bombe gestorben. Ja. So wird's gemacht, ey. Nice one. Im Scoreboard bin ich die goldene Mitte. Im Scoreboard bin ich der übelste Pornopeat, ey. Und ich hab nie ne Waffe. Minus ist angesagt, auch nicht. Ja, weil du immer alle Leute klingst. Nein, weil auf mich immer geschossen wird. Es geht los, Dalu hat mich selbst nicht. Ja, aber dafür kriegst du auch keine Minuspunkte. Ja, weil ich muss mich ja wehren. Ich muss ja auch denken, dass er der Traitor ist. Dalu hat's licht ausgemacht. Er ist es. Ich bin's nicht. Ich bin oben. Ich bin Traitor. Ich bin Eno. Ich bin Eno. Eno. Traitor. Traitor. Oh, oh. Ich bin hier mit Didi allein. Oh. Okay, wenn ich gleich nichts sage, ne? Genau, bei Didi. Grenz. Ach, da bist du. Okay. Ich wollte grad sagen, Deni. Oh. Alter. Was ist los? Das war Falsch. Ich bin runtergefallen. Was war das? Ich bin runtergefallen. Ja, ja. Wer ist das hier? Ich hab Grenz lang geschossen. Was? Ich bin hier mit. Wer schießt hier? Entweder Grenz oder der der hier war. Mini-Uzzi hat geschossen. Mini-Uzzi schießt. Oh, Leute. Dalu. Ich hab keine Uzzi. Dalu. Ich bin's nicht. Wenn ich jetzt sterbe, ist Fischkomm es nicht. Ich erzähle euch hier eine Geschichte. Guten Tag. Ich mach das Licht jetzt an, Leute. Licht. Ich war. Wow, Marv. Marv. Marv hat einen aufgelassen. Alter. Alter. Scheiße. Marv ist es nicht. Fischkomm ist es Didi. Didi, lebst du noch? Ah, Fischkomm, wir beide also, ja? Shit, Mann. Wen suchst du, Fischkomm? Wir sind allein. Licht ausbringt dich ja auch nicht weiter, Mann. So, aber wenn Fischkomm es nicht wäre, würde er ja wenigstens sagen, dass Didi es noch sein könnte. Von daher, alles klärchen. Ach, da ist er. Alles klar. Schon Angst, Fischkopp? Da würde ich nicht lang gehen. Das hat sich gemutet, ey. Er rennt hier einfach durchs Haus, ey. Als wenn er sonst wer wäre. Eiskalt läuft er hier rum. Mutet sich, damit er seinen Abonnenten was eigenes erzählen kann. Er hat scheiß sich doch ins Hemd. Nachdem er selbst das Licht ausgemacht hat. Mach das Lied wieder an, wenn du was sehen willst. Hallo? 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 Alter! Was war das denn? Ich hab dir nicht gesagt, da hab ich nicht gefeuert. Wer hat mich gekillt? Fischkopp, hast du mich getötet? Ich glaub, ich hab Marv erledigt. Zwei Runden noch. Wie gemein. Und es vorbei. Eieieiei. Meine Zuschauer durften gerade Stille erleben. Ich hab mich leider nicht gefeuert. Aber ich hab ja geredet. Und Fischkopp hat sich ins Hemd gemacht. Ja, das ist ja Spannung. Lustige Sachen zu erzählen. Oh, Sauber. Direkt ne Waffe. Alter, Penner. Fischkopp ist bei mir. Fischkopp ist es. Grenz hat ne Waffe. Hä? Grenz hat ne Waffe. So ist es. Sehr verdächtig. Dalu hat das Licht ausgemacht. Das ist doch Schwachsinn. Er lügt sich ja nicht zurecht, weißt du? Und zwar sonst wer wäre. Als ob er hier der Kaiser wäre. Ich find ja nie ne Waffe, Leute. Das geht mir so. Inno. Innocent. Innocent. Ich will endlich mal wieder Traitor sein. Marv ist es. Gidi ist es. Licht aus. Dalu hat es es. Ich hab das Licht ausgemacht. Marv ist es. Ich hab's angemacht. Marv ist es. Ja, ich glaub auch, dass Dalu hat es. Dalu ist es. Didi, wenn du unschlägst, ne? Du hast so nen Brecheisen. Ich baller dich übern Haufen. Ja, okay. Also wenn ich mich aufhören zu reden, Dalu hat den hier vor mir. Moment, Moment, Didi. Warum hast du die Waffe denn nicht eingesammelt, wenn du rüber gelaufen bist? Fischkopp. Fischkopp. Voll erschrocken, ey. Ja, Didi, du hast ne Waffe. Dizi. Oh, hab ich wirklich. Ja. Hä? Schießt du mich ab? Hä? Dalu? Dalu? Grenz? Grenz? Dalu? Didi? Okay, irgendwer verarscht mich. Marv? Was? Können wir uns einig sein, dass wir es nicht sind? Alles klar. Also, oder? Das ist doch Schwachsinn, wenn Marv das sagt. Natürlich lebe ich. Warum antwortest du das nicht? Ja, weil Didi Mist gebaut hat. Ich hab Didi erschossen. Warum tust du sowas? Ich glaub, dann ist Dalu-Karte, Schurke. Kommt auf. Didi läuft mit nem Brecheisen durch die Gegend und rennt genau auf mich zu. Dalu ist es. Dalu ist es. Und auf dem Boden lag ne Scout. Dalu ist es. Und er hat sie nicht aufgehoben beim drüber rennen. Dalu ist es. Da ist er. Wie das grenzt. Ja. Grenz lebt? Äh. Ich glaub, es ist immer noch Dalu-Karte. Weißt du, er hat Didi erschossen. Da oben ist er. Da oben. Erster Stock. Ja, okay. Ey, jetzt fangt ihr wieder so zu späme wie gerade ihr seid zu dem. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Komm, schnapp ihn dir. Wo ist er denn? Marv, ist es doch. Da ist er doch. Wo ist er denn? Ich seh ihn doch. Hier, Marv. Yes. Marv, du Penner. Marv war's, oder was? Ja, natürlich war Marv. Ja, wer hat mich denn erschossen? Ich war's, Entschuldigung. Wie, du bist selber schuld? Ich dachte, dass du... Ey, Dalu, ich möchte aber anmerken, ich wusste wirklich nicht, dass ich die Waffe bei mir habe. Ja, das glaub ich dir im Nachhinein, ja. Aber du musst sagen, dass das verdächtig war. Das ist wohl wahr. Ich bin bei Dalu. Rennt einfach über ne Waffe drüber, hebt sie nicht auf und hat ein Brecheisen in der Hand. Da dachte ich, er schießt mir gleich in den Rücken. Ist das jetzt eigentlich die letzte Runde? Jetzt kommt die letzte, ja. Okay. Ich bin bei Fischkopf. Er hat das nicht ausgemacht. Bin bei Grenz. Wer ist schon ein Wiegel? OP. Wer ist das hier? OP vor allem. Was? Didi? Ja, ich bin Traitor. Ich bin Nino. Ach, das ist ein Verwarnungsschuss. Verwarnungsschuss? Ja klar, benehmt euch. Was ist denn ein Verwarnungsschuss? Äh, ein, einer der in die Irre führt. Mhm. Ins Nirvana, ins Nichts. Ins Jenseits. Wieso sagt Marv nix? Wieso sagt Dalu nix? Ich bin Inno. Ich bin Inno. Ja, packen wir alle rein. Die spielen auch gerade und die sind sechs. Das ist die andere GameStar-Runde. Die sind sechs und machen Sex. Ähm. Aber nächstes Mal, nächstes Mal, nächstes Mal hostet aber wer anderes. Ist doch ein scheiß Prinzip, ey. Okay, Grenz? Ja. Grenz ist es. Fischkopf, hier ist ne Waffe, hol sie dir. Wo denn? Gibt du eine? Wo denn? Gib mir lieber eine. Warte. Hier, guck, hier. Ich hab ne Sniper, Leute. Hier liegt eine hier hinten. Ist da noch eine? Warum gibst du mir die? Bombe, Bombe ist unten. Nee, guck, ich lauf weg. In der unteren Etage ist ne Bombe. Ich weiß noch nicht wo, eher rechts, also von dir aus links, die hinter dir jetzt. Was? Bombe in der unteren Etage. Ich verpasse mich doch. Grenz ist oben. Ich weiß nicht, was Grenz hier macht. Er schleicht auf jeden Fall. Grenz? Sag mal was, wenn ich, wenn er schießt, ah, was war das? Ach, die Bombe. Ich war da, ich bin bei dir, hast du gesehen. Ja, ja, aber die Bombe, die tickt ja auf 45 Sekunden. Hast du ne Pistole, Grenz? Marv, nebst du noch? Pistole? Nee, schieß mal, hab ich wirklich keine. Ey, da oben ist Marv, da oben ist Marv. Wo? Ey, verarsch mich nicht, wenn ich da hinguck schießt. Da ist er. Ja, da bin ich wirklich hier. Aber ich hab da nicht, ich saß da nur. Ich bin so verwirrt. Ey, shit, Marv, hast du ne Pistole für mich? Ihr seid mir welche. Klar, mein Freund, komm mal her. Also Marv würde ich hier nicht mehr vertrauen, der wieder da gehockt hat, ne? Ja, ja, hier, Fischkopp ist jetzt auch oben, Fischkopp ist oben. Leute, verfolgt mich. Hä? Oh, man hat mich angekettet, mir vertraue ich. Besser läuft er mit Fischkopp mit. Leute, ist Didi tot? Nein, nein. Es lag ne Bombe. Es lag ne Bombe unten. Und nur Marv, ich bin wieder hier. Ich will ja nix sagen, aber was ist mit Didi? Tod oder, oder Zelda? Er schießt auf mich. Irgendwer schießt auf mich. Fischkopp hat auf mich geschossen. Ich war da, Fischkopp hat geschossen. Wo ist er? Ja, nein, hier ist er. Nein, ich schieß nicht. Ich glaube, das war Fischkopp. Grenz, du Penner. Warum bist du? Ja, warum ich immer? Wo bist du? Hier oben bei Marv. Boah, Alter, ist es hell. Ich bin so, mein Gehirn ist kaputt. Ich krieg Kopfschmerzen. Ich kann nicht mehr schlafen. Liegen Sie mir da an, Mami, ich bin immer noch nicht meiner. Oh, Grenz. Nein, Dalu, ey. Ihr seid alle hysterisch jetzt, ey. Das ist eine Absicht, du Pfeifer. Warum machst du das wieder aus? Damit man weniger sieht. Ich hab nämlich, geh weg, geh weg. Fischkopp. Lauf. Drei. Ich sag, es ist Marv. 100% Aussage zum Ende. Es ist Marv. Kein Abbruch, wir haben gewonnen. No way. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist Dalu gehönt. Irgendwie. Dönt er ihn. Nein. Ich kill ihn. Versuch es. Versuch es. Wenn ich sterbe, ist Marv es. Weg, Gänzer. Es ist Marv. Dalu hat schießt wie verrückt auf mich. Marv ist durch das Wind abgehauen. Nein, nein, nein. Er ist an dir vorbeigelaufen. Nein, nein, ich bin es. Ich bin es. Er ist an dir vorbeigelaufen. Nein, er sitzt bestimmt hier im Raum. Nein, nein. Ich habe mit dem Brecheisen draufgehauen. Marv, du Schlingelder. Ich wusste es von Anfang an. Er hat die Bombe aufgeliehen. Und ich war es vor allem nicht. Grenz ist es gewesen. Irgendwie war es. Ich habe Didi immerhin mit der Bombe erwischt. Ja. Unglaublich. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.